Das geht jetzt die ganze Zeit so, bis zum Raum-Pier. Hallo, Schiffchen. Kannst du schneller landen? Ich landest du echt immer so langsam? Ich würde gerade sagen, es gibt Stoff. Das müsste mein Schiff sein, ja. Und wo müsste jetzt eine Tür aufgehen? Hallo, willkommen! Scheiße, das ist nicht mein Schiff? Warum komm ich nicht ran? Du bist doch mein Schiff. Hallo? Ich höre zu. Ja, dich meine ich nicht. Du bist doch mein Schiff. Da ist doch ein kleiner Bug. Natürlich bist du mein Schiff. Dann machen wir es halt so. Ah, okay. Gibt es einen Bug, was die Konsolen angeht? Ich kann auch hier nicht drücken. Ach, scheiße. Ich speichere mal ganz kurz mal. Dann muss ich ganz kurz mal... Wahrscheinlich ganz kurz das Spiel neu starten. Ich glaube, wir haben da einen kleinen... Ich habe von einigen Bugs schon gelesen gehabt jetzt, aber das war normalerweise nie das Problem. Wir müssen jetzt einen Bug neu reingepatcht haben. Ich schaue mal kurz. Ich schaue mal kurz. Keine Möglichkeit anzuklicken. Aber das ist mein Schiff. Dementsprechend werde ich einfach mal einen Spielstand laden. Mal gucken, ob das jetzt denn klappt. Kommander von Deck. Vergessen Sie nicht Blumen für Ihre Frau zu besorgen, Kommander. Auf Wiedersehen. Hätte ich irgendwie vorher machen müssen. Das ist...